In diesem Test geht es um die Soundpeats Mini 2 Wireless In-Ear-Kopfhörer. Auf die technischen Daten werde ich in diesem kurzen Review verzichten. Diese findest du auf der Produkt-Homepage oder meinem schriftlichen Testbericht. Den ausführlichen Testbericht habe ich dir unter dem Video verlinkt. Doch lass uns jetzt starten. Beginnen wir mit dem Lieferumfang und der Verarbeitung. Die Kopfhörer kommen in einer normalen Verpackung. Die Verpackung ist schön klein und macht einen wertigen Eindruck. Im Lieferumfang enthalten sind zwei weitere E-Tipps und ein USB-C-Kabel zum Aufladen. Neben dem Zubehör sind noch das Ladecase und eine Bedienungsanleitung in Deutsch vorhanden. Die Verarbeitung ist in meinen Augen sehr gut. Es gibt keine Spaltmaße und alle Vollgussteile wirken sehr gut produziert. Besonders gut gefällt mir das matte Ladecase. Dieses fühlt sich sehr griffig an und lässt sich auch leicht öffnen. Die Kopfhörer sind auch in schwarz-grau und wirken dadurch sehr dezent. Neben der schwarz-grauen Version gibt es aber auch noch eine weiße. Kommen wir nun zum Tragekomfort. Aufgrund der Größe verschwinden die Soundpeats Mini sehr gut im Ohr und stechen auch optisch von der Seite nicht groß heraus. Wer sehr kleine und unauffällige Two-Wireless-Kopfhörer sucht, wird hier fündig. Den Tragekomfort finde ich sehr angenehm und ich kann sie auch mehrere Stunden tragen. Nach etwas über zwei Stunden fangen sie aber leicht an zu drücken. Bei sportlichen Tätigkeiten halten sie bei mir perfekt im Ohr und ich muss sie nur sehr selten nachschieben. Getestet habe ich sie auf dem Fahrrad, beim Joggen, Heimtrainer und beim Krafttraining. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, dem Klang und die Lautstärke. Wichtig ist hierbei der richtige Sitz. Wenn in ihr Kopfhörer nicht richtig sitzen, klingen sie grausam. Daher solltest du immer auf den korrekten Sitz achten. Klanglich bin ich begeistert. Was aus diesen kleinen Kopfhörern standardmäßig rauskommt, klingt für meine Ohren großartig. Klare Höhen, gut balancierte Mitten und ein wirklich sauberer Bass. Wenn ich ganz ehrlich bin, wüsste ich nicht, wo Soundpeats hier noch etwas verbessern sollte. Für mich klingen sie perfekt. In dem direkten Vergleich finde ich sie am PC klanglich sogar noch etwas besser als über das Smartphone. Aber auch nur im direkten Vergleich. Wenn zwei Stunden dazwischen liegen, höre ich diesen Unterschied nicht mehr. Wenn ich etwas bemängeln sollte, würde ich hier die Weite nennen. Durch die Bauart sind die Stimmen und die Bühne sehr nah. Eine weite Bühne wie bei guten Over-Ear-Kopfhörern oder In-Ears im Preisbereich von 400 Euro plus ist hier natürlich nicht vorhanden. Aber sind wir ehrlich, bei dem schmalen Preis der Minis ist das ein schlechter Vergleich. Ich höre im Durchschnitt bei einer Lautstärke von ca. 50%. Ultralaut gehen die Kopfhörer nicht. Dafür konnte ich aber auch kein Kreischen oder Übersteuern bei voller Lautstärke feststellen. Für den Standardeinwender also völlig ausreichend. Sprechen wir jetzt über die Akkulaufzeit der Soundpeats Mini. Bei den Mini werden eine Akkulaufzeit von ca. 7 Stunden angegeben. Ich komme im Schnitt immer auf mindestens 10 Stunden. Bei normaler Laufzeit verbrauchen die Kopfhörer bei mir ca. 10% pro Stunde. Es sei aber gesagt, dass ich nur selten in voller Lautstärke Musik höre. Die Lautstärke ist bei mir meistens im Bereich zwischen 40 und 60%. Ich bin mehr als zufrieden mit der Akkulaufzeit. Das ist mehr, als die meisten In-Ear-Kopfhörer leisten. Aber Achtung! Ich habe schon andere Testberichte von den Kopfhörern gelesen. Da wurden teilweise 5 Stunden oder weniger genannt. Eventuell gibt es hier auch Serienstreuungen. Schauen wir uns als letztes noch die weiteren Funktionen an. Hier sind wir relativ schnell durch, da die Soundpeats Mini keine besonderen Funktionen vorweisen können. Weder Active Noise Cancelling noch andere spezielle Funktionen sind vorhanden. Einzig die Telefonfunktion verdient noch einen genaueren Blick. Die Minis besitzen für die Telefonie eine aktive Geräuschunterdrückung. Hierbei werden im Telefonat die Außengeräusche minimiert und die Stimme hervorgehoben. Das funktioniert auch ganz gut. Wobei du hier keine Wunder erwarten kannst. Wenn du draußen auf dem Fahrrad sitzt und nebenbei telefonieren möchtest, ist das so gut wie unmöglich. Die Windgeräusche lassen sich nicht eliminieren. Dennoch ist die Sprachqualität der Soundpeats sehr gut und es gab von der anderen Seite nie Beschwerden. Ich wurde immer klar und deutlich verstanden. Kommen wir zu dem Fazit der Soundpeats Mini. Zusammenfassend lässt sich sagen, bei den Soundpeats Mini handelt es sich um sehr gute, kleine True Wireless in ihr Kopfhörer. Wer keine besonderen Funktionen wie Active Noise Cancelling, Transparenzmodus oder eine umfangreiche App möchte, bekommt hier sehr gute Kopfhörer. Die Bedienung ist einfach und die Verbindung zuverlässig. Der Klang ist für meinen Geschmack sehr gut ausbalanciert und lässt keine großen Wünsche übrig. Die Akkulaufzeit ist bei mir mit ca. 10 Stunden überdurchschnittlich lang und das Wiederaufladen innerhalb kürzester Zeit erledigt. Der Tragekomfort ist angenehm und auch nach mehr als einer Stunde vorhanden. Die Kopfhörer lassen sich leicht einsetzen und halten auch bei sportlichen Aktivitäten. Aufgrund ihrer Größe verschwinden sie unauffällig im Ohr und sehen optisch auch noch gut aus. Es lässt sich sagen, für einen schmalen Preis erhält man richtig gute Kopfhörer, die in den Basispunkten alles richtig machen. Ich kann sie ohne Einschränkungen empfehlen. Wer etwas mehr möchte und trotzdem kleine Kopfhörer sucht, schaut sich die Soundpeats Mini Pro oder die Samsung Bud 2 an. Beide haben aktive Geräuschunterdrückung und noch einige Funktionen mehr an Bord. Unter dem Video findest du den ausführlichen Testbericht und weitere Informationen sowie die Links zu meinem Testbericht der Mini Pro. Zum Thema Transparenz. Soundpeats hat mir die Kopfhörer kostenlos zur Verfügung gestellt. Das hat keine Auswirkung auf meinen Test und ich gebe dir alle Informationen, egal ob positiv oder negativ. Das hat keine Auswirkung auf Zentrenzen. , aber mit der